Ah, good day, Mr. Crinley. Sie verreisen? Ja, ich muss geschäftig schon ein paar Tage fort. Na dann, gute Reise. Vielen Dank. Endlich ist diese elende Schüttlerleih vorbei. Good day, sir. Good day. Sie müssen Mr. Duncan sein. Ja, ja. Verstanden. Mein Name ist Crinley. Der bin ich. Endlich ist...